hallo und jetzt willkommen zu einer neuen folge battleplugs der da mit uns dem basmati team stehen aus mir dem nikolaus und dem christopher ok legen wir mal los ja geh rein und komm nie wieder raus genau den ja jetzt kannst du aber rüber mach mal auf das war nicht so gut obwohl wir sind wakuristen wir können das wir sind wakuristen jetzt helfen wir mal hoch ja ja komm hier nicht nicht einmal scheiße ja oh oh böse oh nein ey der hier will uns so einen scheiß block klauen ja den stein hol den stein ich muss hinterher ich komm nicht hinterher ne ich ich mein ich muss dem hinterher dem der kommt zu mir treibt ihn zu mir ja erstreckt aber du bist schon wieder unten er kommt zu dem punkt da einfach und das ist eine leiter oder aber das ist dann ja genau voll gegen die wand alter was ist das denn jetzt nicht jetzt 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 verdammt jetzt nicht jetzt jetzt nicht jetzt kann man hier so rüber genau ich wollte den zweiten auch noch holen mal weg der mal weg der guck mal den nach vorne genau setzen wir nach oben machte gehen wir runter nach da genau so los dann ja hatte alle sind voll die mini mal weg gerade aber moment moment so hatte so holst du den stein da ich probier es oh 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 mach oh shit ok ich komm auch noch mit ich bin ich bin ein ich bin ich bin ich bin ich bin so ein ding hier Hey, und jetzt? Ja, hat uns das ein bisschen Wasser spart. Ach so. Hey! Okay, nochmal. Das ist natürlich eine Glanzdraht. Kriegst du sogar Applaus. Okay, jetzt. Ähm. Ah, jetzt kann ich hier dir das Teil hier wegnehmen. Ja, da musst du mir hochhelfen, glaube ich. Oder? Ähm. Ah, jetzt. Ich schmeiß dich diesmal rüber. Hä? Du darfst nicht springen. Du musst einfach nur dich fliegen lassen. Also gar nichts machen eigentlich. Zack. Oh, wow. Ah ja, genau. Äh, geh mal weg da. Du standst grad im Weg. Oh, warte. So helfe ich dir eigentlich immer. Ja. Blubberblasen. Genau da drauf, Alter. Wie geil, ey. Oh, ja, Moment. Jetzt. Du musst da diesen Dings jetzt machen. Pass auf, da unten spuckt die. Stein. Bitte. Oh, oh. 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 Alter, Alter, Alter. Jetzt. Ja, bam. Oh. Oh. Da bin ich in die Kreissäge quasi gelaufen. Sauber. Ähm. Okay wir müssen damit nen Turm bauen Naja es war zu hoch Warte 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 So Dann müssen wir eigentlich drauf kommen Ja genau Jetzt hol den anderen Ah ne es geht schon Oh zu spät Der war unterversteckt Also eigentlich gar nicht Aber durch die Farbe und so Ja ich hab den auch nicht gesehen Egal nicht schlimm Leider Der Donut und der Vier-Eck-Cop Ich weiß gar nicht ob die Zuschauer Überhaupt wissen Wer von uns wer ist Ich bin der Donut Ich bin der Quadrat-Cop Und der Niki ist der Der Donut-Cop Zum Anweisen Flupflupflupflup Okay das sieht wie so ein Special-Finale aus Irgendwie Ja ist doch immer Das hier war ja dieser Katzenkopf da auch Jetzt sind wir wieder an der Bühne Ah das war doch so ein Geschwindigkeits-Level Das letzte Mal Ja genau das ist auch wieder Okay Oh shit Ja du musst ihn jetzt von oben holen Irgendwie Ne jetzt musst du auch kommen Du kannst ja wieder da zurück Nein Na Bälle Oh mein Gott Oh mein Gott Wie komm ich denn da oben hin? Wir müssen übereinander springen Komm mal hin Oder? Ah ne der kann mal von oben Nee doch nicht das ist Eis Ich mach den Molo Nein ich hab mich selbst aufgespießt Bam ich hab ihn Okay jetzt müssen wir so übereinander hier hoch springen Ja richtig gut Okay Äh jetzt zieh weiter rüber Ah dann drückt sich immer gegenseitig runter Ja oder hoch Was ist hier oben? Okay gehe ich mal das hier Ah hier Ja What the fuck Oh alter Nein ich wurde schon wie aufgespießt Oh 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 Boah Nein Alter ist das ein Geräusch Nein den Stein Ja man Miau 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 Oh egal weiter Miau miau Lass sie liegen Wir rennen einfach weiter Oh shit Fuck Alter ich stand da auf dem Feeder drauf Nein Oh Alter Okay spring drüber Weiß mich mal hoch Warte Nein Shit Oh Okay ich spring mit hoch Komm drauf Oh alter es ist mega schwer Ja dieses Teil drückt mich runter wieder Werf mich mal Oder ich werf dich mal Alter Tatsächlich Alter What the fuck Schnell Nein Wir müssen hier links Also einer von uns Nein Fuck Ich wusste einfach nicht wie es da weitergeht Oh shit Auf ein neues Okay jetzt ist es irgendwie hart Fuck Fuck Ah Oh nein Zweiersprung Zweiersprung Komm Komm hier Ja Ja haben wir Okay und weiter Scheiße Ah Ja ja Ist nur hier Nein Sorry Geh weg da Oh shit Oh shit Oh shit Okay und weiter Oh fuck So Fuck Weißt da steht so ein Ding Wir müssen dieses Teil da runter holen Wir sind hier falsch Aber da kommen wir nicht hin Alter Oh scheiße Hier unter uns links Ist nämlich dieses Ding Ja ich weiß Da kommen wir mit einem Portal hin Vielleicht Ja Schnell komm hier hin Werf dich Oder werf du mich Nein Vielleicht möchte ich von hier werfen Warte mal Nee Ich komm hier echt Hier Von da Vielleicht Ja 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 man Hol das Ding weg Nein Na Okay warte Warte Jetzt Nein Nein Schmeiß mich Oh shit Das war irgendwie genau dagegen Das ist nicht einfach Das ist nicht einfach Alter ich werde direkt da reingeschmissen Du musst ein bisschen nach hinten glaube ich noch Ich habe es gemacht Aber das ging nicht Alter Nee ich habe es nicht mehr Alter das ist schwer Oh man Oh man Diese eine Stelle da ne Die ganze Zeit geht es wunderbar Was geht denn jetzt ab? Schnell Nein Ah man behindert sich gegenseitig ultra Das ist ein bisschen blöd finde ich Ja schnell komm hoch Okay fuck Egal Mach Mach weiter Weiter Die Dinger sind scheitbar nicht so schlimm Ja Haben wir Und weiter Fuck Aber egal Ich muss da rüber gehen Sonst wärst du nicht durchgekommen Oh shit So und komm Oh fuck zu früh Oh Das war fast gut Ja man Ah das war direkt rein Ne Du musst auch dabei springen ne Ja ja ich weiß Aber ich werde direkt gegen die Wand Und dann geht irgendwie nichts mehr Ich werf dich nochmal Ja Warte 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 Geh hinter mich Hinter mich Ja vielleicht von hier Geh Schritt zurück Also gleich Mach du Nein Oh nein Fuck 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 Jetzt 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 Komm hinter mich Komm hinter mich Ah ah lol Nein nein Oh scheiße Ich hab die Figur verwechselt Jetzt Oh scheiße Okay wir müssen Ich werf dich Fertig Weil sonst wird das nix Wir müssen das klarstellen Das war irgendwie nicht geworfen Das war dir nix Komm 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 Nein Aber wirf der jetzt nicht mehr richtig Hinter mich Nein Wir waren ungefähr von hier Komm hinter mich Nee Oh Du darfst nicht zu früh springen Weil dann wärst du nicht geworfen Ja ich weiß Fuck das wird wieder nix Scheiße alter Hä Aber sind wir zu dumm dafür ohne Scheiße Was ist das denn für ne Scheiße ey Komm weiter Bleib du da Du musst doch gar nicht hier mit Nein Oh shit Sorry Ja Boah der hab mich hart gebrochen der Witze Alter Wollen wir schon wieder hingeknallt Ich hab doch schon da Das Teil aktiviert Oh Nein 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 ich werf Oh Mann Alter das gibt's doch nicht Ja 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 Zu spät Oh scheiße Alter Oder von da oben Alter So von hier Doch das kann funktionieren Aber nicht während der Strahl läuft Komm hoch Komm hoch Hey ich werf dich da zu hoch Ich werf dich da voll gegen Nein Ich bin in den Strahl gekommen Das heißt ich komme nicht gegen das Gerät Jetzt Ja okay Hey guck das geht nicht Von hier Hat war nicht geworfen Du bist zu früh gesprungen Alter Warum dienst du denn einmal Nein Fuckin Hey einmal hat's funktioniert Ja Hat war nicht geworfen Nee Du darfst nicht zu früh springen Weiter zurück Da musst du auch rankommen Okay jetzt Komm ran Komm ran Okay jetzt Boah alter Das ist mega hart Wir jumpten uns gegenseitig hoch Alter Stimmt Warum haben wir das denn nicht die ganze Zeit gemacht Nein Moment Mussten wir das nicht sogar Da war glaube ich gar nichts mehr Haben wir uns hart als lange daran aufgehalten Ja man Alter Guck mal Oh shit Ich muss mich auf die Fiecher Boah Fuck Boah geschafft Hab ich Ey wie soll ich denn hier runter kommen Nicht verarschen Ich hab nen Schlüssel alter Okay Ja da war das Volk nur Aber ich hab ihn irgendwie nicht bekommen Ich hab so da drüber War ich am schweben Okay ist es jetzt gut Dass wir so hochgezogen werden Ja wahrscheinlich Famous Wait up Bite the bullet so far Küran Even complain about the prison food Which is shocking Because that stuff tastes like doo-doo casserole With a side of butt salad With a side of butt salad First of all Your riveting performances Have the theater bursting at the scenes With excited patrons And with all this extra cash you're raking in The theater can afford some serious improvements And really start beefing up These horrifying shows Of murdery death To appease the fickle crowd So, so that's good. And what's the deal with Hattie? He just creepily looms around the theater all day. Look at him looming. It seems like he's been forcefully forced to manage this place. Well, it looks that way. He just sort of sits there. Just as productive as one can be. Yep, living life to the fullest. Whoa, slow down, buddy. Yes, sir. Full of salt and pep. Full of pee and vinegar. Overflowing with youthful energy. Say something, Hattie. You will. Cat got your tongue? Shut up. No, people really seem to be a precious and rare commodity in this strange part of the world. Seems our little boat wreck was a delicious gift from the heaven. God. These dark cats are taking full advantage of us. What cruel fate left them to roam the grounds of this scary old theater. Desperately ruling these bleak premises with an iron paw. And just how long have they been orchestrating this sinister scheme? I mean, abert your eyes, children. Avert them. There's bony people skeletons everywhere. Scary, right? Now, I'm no genius. But I definitely know how long it takes for a body to decompose. So this must have been going on for at least- Wait, scratch that thing I said. So do you possess the courage to soldier onward and uncover the mysterious mystery behind this grim world? Or will your hilarious death screams be drowned out by the sound of your own hilarious death screams? We shall see. We shall see. We shall see. We shall see. You see? Yeah, that was it again with this episode. Okay cool. Yeah. I hope we'll see you at the next one. Bye. Yeah I hope it had fun. Bye. Bye. So.